Ich darf ihn doch nicht vergessen. Das wäre doch nicht richtig. Was würde jetzt passieren, was würde jetzt passieren, wenn wir eine Fecke vergessen würden? Das wäre doch voll doof. Aber würde das gehen? Könnten wir ihn vergessen? Das wäre... Kacke. Ich würde es irgendwie auch gerne ausprobieren. Hm. Nein. Nein, wir holen ihn. Er hat uns gute Dienste erwiesen. Ich kann ihn jetzt nicht alleine lassen. Die Frage ist nur, woher ist der? Dann komme ich dahin, woher ist. So viele Fragen. Ach, hier ist noch die Kiste. Ah, warte mal. Du musst Fick finden und zwar schnell. Ist er nicht in der Kiste? Aber... Wie soll ich denn? Er ist ja hier nirgends. Er ist ja nicht in der Kiste. So leer aus. Hm, wie kann er denn nur sein? Er muss aber irgendwo hier rumschwirren. Kann er hier irgendwas tun? Nope. Wo ist mein treuer Begleiter? Wie viel hilft mir das jetzt? Wo ist denn? Ich bin das ganz klar. Wenn ich mir das mal verstehe. Hmm... You owe me the truth. Which is it? I'm with you, Tiffany. Like I've always been. Please open the gate. I don't know what to believe anymore, Anne. Tiffany, you only need to believe one thing. I distilled the rebel leader. It was a forgotling name, Fig. The resistance is finished. Don't do this to me, Anne. My orders come from Master Bonkku. I'm not... Hey, wait, don't... Hello there. Tiffany, is it? Open the gate, please, or I'm afraid I'll have to shorten that cord of yours. Oh, there's her. Anne, how could you do this to me? I'm sorry, Tiffany. And you betrayed Master Bonkku, too. I'm trying to solve this. I feel sorry for you, Anne. I'm sorry you forgot what we had together. And I'm sorry you lost faith in those who gave you everything. Goodbye, Tiffany. I'll miss you. Leave me alone. Oh, man. Das ist so einer der Menschen, die so die ganze Zeit, die ganze Zeit bei dir sein würden. Und du machst irgendwie eine Sache. Und dann sagen sie so, ja, wir kennen uns doch schon so lange. Und warum auf einmal dieser Wechsel und so. Und sie wollen es einfach nicht verstehen. Das ist ein Unterschied. Aber am Ende liegt es eher an beiden Seiten. So ein bisschen. Ich will kurz mein Kissen besuchen gehen. Uh, er hat schon zwei weitergemacht. Hmm. Wir sollten ihm die Wahrheit sagen. Er ist zu lieb, als dass ich ihm das weiter antun möchte. Immer schön weitermachen. Ich will nie vergessen, dass du noch Familie hast. Okay. Wie kommen wir da jetzt am besten rein? Ungesehen wohl bemerkt. Oh, da wäre eine Leiter gewesen, die hätte ich gar nicht gesehen. Ja, wir müssen die Leiter nehmen. War ja auch irgendwie klar. Aber man muss ja auch mal gucken, ob es noch andere Wege gibt. Auch mit uns. Wie er einfach viel schneller ist, als wir. Jaaa. Ich will auch gern so schnell. Es ist halt aber ganz schön ein weiter Weg zu sein. Oh, Collectible. Wir müssen jetzt mal... Ah, das war dum. Bitte. Bitte. Das bringt nichts. Hm. Noch mehr Energie. Weil ich das nicht bewegen kann. Können wir noch mit hoch? Vielleicht ist da noch Energie. Können wir nicht? Ich brauche aber Energie. Hm. Wie soll das funktionieren? Ich darf den Hebel nicht umdrehen. Ach, auf einmal geht's ja doch. Manchmal wie verhext. Ah, das ist unser Fahrstuhl. Hm. Versuchen kann man's ja mal. Autsch. Okay. Keine Ahnung, ob das richtig war. Okay. Keine Ahnung, ob das richtig war. Blockiert. Es muss einen anderen Weg geben. Papa, ich dachte, das wär's gewesen. Ach, Menno. Na ja, war ein Versuch wert, oder? Wir haben ja unseren Held mit. Der rettet uns aus jeder Not. Hoffe ich. Vielleicht fertilisiert er sich auch mit seiner Perücke. Ach, keine Ahnung. Ach, keine Ahnung. Mal sehen, wie du es umschläst. Ach, ne Ah. Das war so. Wie ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? siehst. Tja. Wir haben es halt nicht so mit Nachbarn. Das ist schon cool. Aber wo ist er jetzt hin? Ist er durch die Tür? Ja, ist er. Wir haben jetzt gar keine Energie. Kein Bado. Ah, er hat zu viel dazu. Woher soll ich jetzt Energie bekommen? Nothing happened. Ich brauche Anima. Sofort! Ich kann nur im Keller gucken, ob ich da noch Reserven finde. Guter Keller! Kommt zu mir! Hier! Tja! Hier, die da hinten ist scheinbar auch leer. Hier. Ach ja. Hier ist mir mal holen. Hier. Hier. Hier mal. Hier mal. Hier mal zurückholen, was ich für den Hebel benutzt habe. Könnte der Schlüssel sein. Und ab hoch. Geht zwar einen Fahrstuhl, aber... Na, na, ein bisschen sportlich. Ich frage mich trotzdem, warum man den Fahrstuhl aktivieren kann. Versuchen wir es erneut. Sooo, meine guten. Ja, die erste war ein Fehler. Ja. I'm confused. Ich muss den mal kurz out of my way kriegen. Oh, da kann er wirklich noch stehen. Jetzt der rum. Der hier hoch. Der ist straight runter. Der da rein. Bist du oben lang, du unten lang. Und so wird dein Schuh draus. Was ist das? Der da rein. Der da rein. So ist es ganz innov. Der da re profesor von 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 von... Kommt da eine Plattform? Ach ne, wir sind die Plattform. Ei. Okay. Was hat das für einen Sinn? Dass wir das so steuern können? Hä? Warum ist er eine Energiezelle? Äh? I don't get it. Okay, so geht's auf. Er geht verdammt viel vor sich. Schöne Art zu reisen. Mega schön aus. So, wir wetten, dass da die andere Plattform noch für Collected Bats ist. Ei, ei, ei. Das ist ja wie Dr. Bubba's. Von der Steuerung her. Ja. Hey. Eeeeee! Sie hat mich rausgebracht, und bevor ich es wusste, habe ich von meinen Verwaltungs-Stickern gekriegt, und musste den Weg wegschrauben, um die Höhle zu entfernen. Dann was? Ich habe einen Ort auf dem Boden gefunden, und ein paar Black-Mundige Geräte. Borg wollte deine Arbeit. Aber ich bin sicher, dass du mit unserer Seite gehst. Was hast du gesehen? Was hast du gesehen? Das war Risky. Es hat funktioniert, nicht wahr? Ich glaube, dass wir herausfinden. Solange das funktioniert, ist ja alles gut. Ich bin auf dem Boden, mit dem Ederbrich. Schöne Bild. Ich stand auf dem Boden, jede Nacht, close meine Augen, und fühle mich die Regen auf meinem Gesicht. Ich hatte keine Ahnung, dass Bonkku diese Bildung genommen hat. Das war von dem Tag, wo ich rausgekommen bin. Sie wissen, dass er mir eine Bicke für mein Geburtstag hat? Es war diese horrible Sache, die er gefunden, wer weiß, wo. Aber ich liebte diese Bicke. Die erste Mal, wenn ich hier bin, war nicht hier. Ich habe eine Bicke und zwei Lampen geschlagen.